Auf geht's. Komm, Prosi, fang an. Bin ich männlich? Ja. Bin ich über 30? Sicher? Bui. Habe ich was mit Fußball zu tun? Nein, gar nicht. Okay, Prosi, bin ich männlich? Ja. Ja? Ja. Ich bin überrascht. Habe ich etwas mit Fußball zu tun? Sorry, ich habe schlechter Empfangen. Ja. Auch noch. Bin ich ein Trainer? Puh. Ja. Bin ich ein Trainer in der Bundesliga? Ja. Ach, Prosi, wieso? Sehr schwer, sehr schwer. Ja? Ja. Okay, ähm, was noch mehr? Immer noch? Mhm. Oh, ja. Bin ich eine Trainer vor Lebekuschen? Hm. Nein. Okay. Schade. Ich bin richtig schlecht. Bin ich deutsch? Ja. Hoppla. Hoppla? Perfekt. Habe ich lange Haare? Nicht mehr? Nein. Also ich hatte mal lange Haare. Okay. Bin ich deutsch? Ja. Uff. 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 Okay. Ähm… Ja, bro, ey. Es gibt so viele Mannschaften in der Bundesliga. Mach ruhig, Mann. Bin ich ein Trainer von der Top 5 in der Bundesliga? Gewitter? Wurde ich ein neues? Nein. Bin ich berühmt? Ja, sehr berühmt. Sehr berühmt und lustig. Und lustig. Und hatte mal lange Haare, jetzt nicht mehr. Ja, nicht ganz lange, aber war länger. Nichts mit Fußball zu tun. Bin ich also ein Komiker? Nein. Nein. Okay, war ich ein ehemaliger Fußballspieler? Puh, weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ja, meine Gute! Ja, ja. Ja? Ja. Okay. Nein. Habe ich lange Haare? Ja. Ja, nicht ganz lange. Hör ich es immer zu. Ja, dann nehme ich es doch einfach. Bin ich einfach Assistent mit Mainz? Hm. Jein. Jein, bitte. Ehemal. Was? Ach, ja, jein. Ja. Ah, du bist, äh, Michael Falkanai. Wenn, dann bist du das. Aber es ist falsch. Ist falsch. Ist falsch. Nein? Nein. Haben wir mich in letzter Zeit bei YouTube gesehen? Ja. In der Kabine? Ja. Bin ich? Ah! 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 Oh, Mann! Bin ich der Ellenberger? Ah! 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 Der Ellenberger wird eingesperrt. Aber was ist Jein, Brüdi? Ja, Jein ist jetzt nicht direkt Assistenztrainer. Jetzt habe ich dir schon einen großen Tipp gegeben, also bitte. Nicht direkt? Ah, du hättest mich halt zurück. Nein. Auch nicht? Nein. Er hat gesagt, er ist ein Komiker. Nein. Doch, ich hab gefragt. Das ist lustig. Ach so. Ach so. Habe ich was mit Basketball zu tun? Ja, siehst du? Da bin ich Dirk Nowitzki. Tom Brüdi. Tom Brüdi. Stimmt. Ja. Immer noch? Ja. 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 Das ist doch, ey. Bro. Hey. Ja, wenn du das nicht weißt. Hey. Ja, du warst schon dicht dran. Ja. Ja, komm ey. Kuni. Jawohl. Ja, komm. Boom. Pshhhh. Ja, ey. Vielen Dank.